Ich sah den Tünnis in dem Club, er hatte Koks probiert Dann ist er auf Toilette gegangen und hat da onaniert Dann ist er auch noch nach zwei Cola Bier kollabiert Ich rüttelte ihn wach und fragte, war die Szene los mit dir? War die Szene los mit dir? War die Szene los mit dir? Er trug den Rucksack in dem Club und tanzte fokussiert Er nahm nen Schluck Champagner und war übelst motiviert Er hat mit seinen Spaß die Moves den Dancefloor dominiert Ich schubste ihn zur Seite und fragte, was ist denn los mit dir? Dann kam seine Bitch an und sprach in gehobenem Deutsch Ich verständige nun Polizeieinsatzkräfte und die holen euch Die Bullen kamen an und fragten, was ist los ihr Boys? Wir sagten Gegenfrage Jungs, was ist denn los mit euch? Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir?